Hey Leute, heute mal haben wir Wappentausch gemacht und eine andere Umgebung, weil ich muss mein Handy laden, ich will ihn jetzt mit dem Handy die ganze Zeit. Und ja, Runde 1 startet! Aber nicht so fest wie letztes Mal. Wie heute? Von gestern. Nein, und nicht gerade jetzt. Warte, letztes Video, wisst ihr noch, wo ihr die Berichtspäße gebracht habt? Das war ja richtig krass. Guck das vorherige Video, was ich gestern hochgeladen hab. Ach mal, und Tim. Auf ankatrin-gegen-tim.de Übrigens aboniert doch den Kanal und lasst ihn doch doch unter! T-T-T-T! T-T-T-T! T-T-T! Wuppeln! 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 Wupp, wupp! Oh! Ja, mein Bett, die Maske fehlt nicht! Nein, du hast dich fast ausgemacht! Ach so! Schönen Tag, man dein Gesicht nicht gesehen, hat dein Arm gesagt, Runde, zwei! Let's go! Nein, sieben! Wir sind zu kurz und verdienen wir kein Geld! Ja, und? Wir können uns keine Lebensmittel kaufen, dann sterben wir! Ist halt echt so! Warte, wir müssen auch ein bisschen unten töten! Okay! Nein, die Lichtwetter müssen noch unten! Oh! Oh! So fest ist, komm! Nicht so fest, das Lichtwetter war 30 Euro, oder so! Ist das viel? Natürlich ist das viel! Ja! Ich hab die Hose aufgeschnitten, ich hab die Beine aufgeschnitten! Ey, das fehlt nicht! Runde, drei, in drei, zwei, eins, los! Ok, heute nur drei Runden! Ja! Und später machen wir noch sieben Runden! Ok, später noch sieben Runden, Leute! Ich mach nämlich nicht nur an einem Tag ein Essen-Video! Also, wie ist das letzte? Es ist vorbei! Ich bin der Simplon Schattenrumpf, nicht zuerst! Oh Gott, du hast so einen Flöder gemacht. Wer ist der Simplon? Ich bin der Simplon! Ich bin der Simplon Schattenrumpf, nicht zuerst! Ich bin der Simplon! Ich bin der Simplon Schattenrumpf, nicht zuerst! Das ist ein cooler Tier! Getroffen! Und der Simplon hat gewonnen! Ich habe gewonnen! Leute, ich hoffe es hat euch gefallen! Und Sonja, lasst einen Daumen nach oben da! Und wir sehen uns in ein paar Stunden!